Gegeben ist die Parabel p mit y dann ist gleich 2x² plus 2x plus 1 und der Büschelpunkt p42. Eines geraden Büschels gehen Abhängigkeit von m. Ermittel rechnerisch die Gleichung der Tangenten t1 und t2. So, stellen wir uns das mal kurz nochmal vor. Wir haben hier unser Koordinatensystem und die Parabel 2x² plus 2x plus 1, die sieht meinetwegen so aus. Zusätzlich noch den Büschelpunkt 4,2, der ist meinetwegen hier zu finden. So, und ein geraden Büschel gm. Das heißt, ganz, ganz viele Geraden, die eines gemeinsam haben, sie gehen durch den Punkt m hindurch. Also, sie können meinetwegen so könnte eine Gerade aussehen oder so. Aber wir suchen jetzt hier ganz spezielle Geraden, nämlich die gleichzeitig Tangente an dieser Parabel p sind. Das wäre zum Beispiel so eine. Und jetzt die zweite ist ein bisschen schwer einzuzeichnen. So verlängere ich hier mal ein bisschen die Parabel, dann kriegen wir zum Beispiel hier oben noch einen Berührpunkt. Also, es kann zwei Tangenten geben. Die blauen in dem Fall. Vielleicht noch zur Ergänzung. Es kann natürlich sein, dass wenn dieser Büschelpunkt direkt auf der Parabel drauf liegt, dass es dann nur eine Tangente gibt. Die sieht so aus. Oder, wenn der Büschelpunkt sozusagen in der Geraden liegt, dass es dann gar keine Tangenten gibt. Kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, wie soll jetzt hier irgendwie eine geradene Tangente sein? Ja, es gibt immer zwei Schnittpunkte, egal wie das Ding verläuft. Einzige Ausnahme, hier ist eine Parallele zur y-Achse, aber dann ist es nicht mehr lösbar. Also, das ist dann immer noch keine Tangente, sondern es schneit sich wirklich und berührt sich nicht nur. Okay. Also, wie finden wir jetzt heraus, welche dieser drei Möglichkeiten es ist und für welches m, also hier in Abhängigkeit von m, das steht? Dafür müssen wir ein bisschen Hintergrundwissen wieder sammeln. Wir haben hier die Lagebeziehung einer Parabel und einer Geraden. Wie gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, es gibt zwei Schnittpunkte. Zum Beispiel, wenn ich hier diese Gerade verlängere, die Gerade hat zwei Schnittpunkte mit der Parabel, dann ist es eine Sekante. Es gibt einen Schnittpunkt oder Berührpunkt, dann ist es Tangente, das ist das, was wir suchen. Und es gibt keinen Schnittpunkt, zum Beispiel diese Gerade hier, dann ist es eine Passante. Wenn man sich jetzt daran erinnert, man hat schon mal das durchgesprochen, wie sieht es aus, Schnittpunkte, Parabel und Gerade. Und da ist man darauf gekommen, wenn man die Schnittpunkte berechnen möchte, braucht man die Lösungsformel für quadratische Gleichungen und das funktioniert mit der Diskriminante. Die Diskriminante sagt eben aus, wenn sie kleiner ist als 0, dann haben wir eine Passante, dann läuft sie dran vorbei. Wenn sie gleich 0 ist, dann haben wir eine Tangente, ja das brauchen wir. Und wenn sie größer ist als 0, dann gibt es zwei Schnittpunkte, dann wäre es die Sekante. Und genau das ist im Prinzip der Trick dabei. Wir stellen alles so auf, als würden wir die Schnittpunkte berechnen oder Berührpunkt berechnen und gehen dann einfach her und setzen die Diskriminante gleich 0. So, wie funktioniert das jetzt genau? Zuerst brauchen wir eine Geradengleichung. Alles, was wir wissen, ist der Büschelpunkt P. Deswegen, vorneweg, wir brauchen irgendeine Gleichung. Da bietet sich jetzt zum Beispiel die Punktsteigungsform an. Ja, das sieht wie folgt aus. M mal, Klammer auf, x minus xp plus yp. Die steht in der Formelsammlung drin. Die kann man einfach hernehmen. Der Vorteil ist, wir können hier die Punktkoordinaten eines Punktes der Geraden eingeben. Das wäre jetzt bei der anderen Formel, nämlich y ist gleich mx plus t. Nicht so einfach der Fall. So, gehen wir her und setzen für dieses xp und yp einfach unseren Büschelpunkt ein. Also, x minus 4 plus 2. So, jetzt sehen wir schon, unsere Steigung m ist nicht bekannt. Und hier heißt es ja auch, das Geradenwischeln ist abhängig vom Parameter m, also von der Steigung m. So, der Einfachheit halber lösen wir noch die Klammer auf. Müssen wir später sowieso noch machen, aber können wir es auch jetzt genau machen. m mal x und m mal minus 4 sind minus 4m und hintendran noch plus 2. So, warum ist es sinnvoll, diese Klammer aufzulösen? Ja, im nächsten Schritt wollen wir diese Parabelgleichung mit dieser Geradengleichung gleichsetzen. Also, 2x² plus 2x plus 1 ist gleich m mal x minus 4m plus 2. So, und jetzt wollen wir diese quadratische Gleichung ja lösen. Und dafür müssen wir das auf die linke Seite schaffen und vereinfachen. Und dafür war es jetzt schon mal gut, dass wir das aufgelöst haben. So, ich schaffe jetzt das alles nach links rüber. Also, minus 4x minus 4m plus 2. Nämlich, um eine quadratische Gleichung lösen zu können, brauchen wir auf einer Seite gleich 0. Und da entscheiden wir jetzt hierfür. Also, das soll nachher 0 stehen. Dann folgt daraus 2x² plus 2x. Ich sortiere jetzt gleich ein bisschen. Minus mx minus 4m, äh, plus 4m muss das sein. So, und hier natürlich nicht plus 2, sondern minus 2. Und 1 minus 2 ist minus 1, ist gleich 0. So, jetzt würde ich noch einen weiteren Schritt empfehlen. Nämlich, aus diesen Teilen, aus diesen beiden Summanden hier, das x auszuklammern. Plus, wenn ich hier in x ausklammer, bleibt 2 übrig. Wenn ich hier in x ausklammer, bleibt minus m übrig. Und den Rest schreibe ich nochmal ab. So, halt einfach folgenden Hintergrund. Jetzt habe ich nämlich die Form y ist gleich ax² plus bx plus c, oder halt ax² plus bx plus c ist gleich 0. Und kann jetzt schön die Diskriminante ansetzen. Die finden wir in der Formelsammlung. Die ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Und, um jetzt herauszufinden, was ist mein a, b und c, schaue ich mir die Gleichung drüber nochmal an. Der Faktor von x² ist das a. Und der Faktor von x ist das b. Deswegen habe ich das ausgeklammert, damit man das gleich sieht. Und die Zahlen ohne x sind mein c. Jetzt setze ich ganz normal ein. b², also 2 minus m in Klammern zum Quadrat. Minus 4 mal a mal, und jetzt hinten dran noch der komplette c-Teil. So, vereinfachen. Hier vorne haben wir eine binomische Formel, finden wir auch in der Formelsammlung. Aber man kann es auch so lösen. 2 zum Quadrat sind 4. Dann kommt 2 mal 2 mal m. Also minus 4m. Und m zum Quadrat sind, oder bleiben m². Dann minus 4 mal 2 mal 4m sind minus 32m. Und minus 4 mal 2 mal minus 1 sind plus 8. Fassen wir nochmal zusammen und sortieren gleich. m² beginne ich. Dann minus 4m minus 32m sind minus 36m. Und 4 plus 8 sind 12. So, das ist jetzt meine Diskriminante. Weiterrechnen kann ich jetzt nicht. Man sieht, man kann nichts weiter vereinfachen. Aber, wie am Anfang erwähnt, wir haben genau dann eine Tangente, wenn die Diskriminante 0 ist. Also gehen wir her und setzen diese Diskriminante 0. So, das ist jetzt der ganze Trick dabei. Dadurch erhalten wir jetzt eine neue Gleichung. Das deute ich jetzt auch hier durch diesen Doppelstrich an. Nämlich, diese neue Gleichung möchte gelöst werden. m² minus 36m plus 12 ist gleich 0. Ja, wenn genau das stimmt, dann haben wir eine Tangente. So, wie löst sich das? Wir haben eine quadratische Gleichung. Einziger Unterschied, statt x² minus 36x plus 12 haben wir jetzt halt m² plus 36m plus 12. Also vollkommen egal, welche Variante hier steht. Es funktioniert halt immer gleich. Diesmal müssen wir die Diskriminante berechnen, wieder Diskriminante berechnen in Abhängigkeit von m. Deswegen schreibe ich dieses kleine m mit drunter. Ich muss wieder überlegen, was ist mein a, was ist mein b und was ist mein c und setze dann wieder die Diskriminante ein. Also minus 36 zum Quadrat minus 4 mal a mal c. Das kann jetzt jeder handelsübliche Taschenrechner lösen. Das sind dann 1284. Und was man jetzt hier rauslesen kann, ist, die Diskriminante ist positiv. Das heißt, es gibt zwei Lösungen für das m. Und folglich gibt es auch zwei Tangenten. Wenn wir in unsere Skizze schauen, also es wird hier der blaue Fall sein. Punkt p liegt irgendwo außerhalb der Parabel. Und dann gibt es zwei solche Tangenten mit entsprechenden m. Ja, und die müssen wir jetzt noch berechnen. Also Diskriminante positiv. Das heißt, wir können Lösungen berechnen. m1, 2 lässt sich berechnen aus. Lösungsformel ansetzen. Dann, ähm, ich setze gleich ein. Minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2 mal a. Für m1 folgt daraus minus, äh, ich vereinfache jetzt gleich, minus minus 36 sind plus 36 und erster Weg ist plus die Wurzel aus Diskriminante, also plus Wurzel 1084 geteilt durch 2. Das tippen wir jetzt hier in den ganz normalen Taschenrechner ein und dann müsste ein Wert von 35,66 herauskommen. Das gleiche machen wir mit m2. Einziger Unterschied ist, wir nehmen Minuswurzel aus 1284 geteilt durch 2. Tippen das auch nochmal ein und dann bekommen wir einen Wert von 0,34. So, das sind jetzt die beiden Steigungen. Zum Schluss müssen wir halt nochmal diese beiden Steigungen in die Punktsteigungsform und den Büschelpunkt einsetzen, um die Geradengleichung bestimmen zu können. Also y1 ist gleich 35,66 mal x minus, ähm, was hatten wir, 4 plus 2. Ja, also das ist nochmal die Punktsteigungsform, einfach mit m1 hier eingesetzt und hier, ähm, ich schreibe es einfach drunter, das ist m1, das ist die x-Koordinate von p und das ist die y-Koordinate von p. So, ähm, nochmal vereinfachen, soweit wie möglich. 35,66 mal x bleibt 35,66x und jetzt noch 35,66 mal minus 4 plus 2, kann man auch gleich in einem Schritt berechnen, sind minus 140,64. So, das wäre die erste Tangente. Jetzt machen wir nochmal genau das gleiche und zwar mit m2. Also 0,34 mal x, der Büschelpunkt bleibt gleich, also mal x minus 4 in Klammern plus 2. Nochmal zur Erklärung, das ist das m2, hier habe ich wieder x vom Büschelpunkt und y vom Büschelpunkt. So, und jetzt noch einmal ausmultiplizieren, 0,34 mal x bleibt 0,34x und jetzt 0,34 mal minus 4 plus 2, kann man auch gleich wieder in den Taschenrechner eingeben, ist plus 0,64. So, und das ist die zweite Tangente und an dieser Stelle haben wir jetzt endlich beide Tangentengleichungen ausgerechnet.